Oh mein Gott, mein Vater hat mich erschreckt. Alter. Titel steht. Kurz geht raus. Zahra, ey. Letztier mal in der Werkbuchstelle. Alter. Ja. You are so cool. Oh Gott, ich kann... Hey Leute, willkommen zu einem anderen SkyMars mit Brian und Prim. DRIMAX hier. Hi, na. Moin Leute, DRIMAX hier. Hallo, ich bin der Neue, ich soll hier singen. Hallo. Sonst alles gut bei euch, oder? Alles GH gut bei mir. GH Gucci? Oh Gott. GH Gucci, ey. Was weiß ich hier? Also Leute, wir führten heute eine Runde Ski Wars und... Himmelskriege. Ey, das wollte ich gerade sagen. Ich hatte auch so dran gedacht, aber... Ey, ich hab's vorhin schon gesagt. Ja, aber ich sag das voll oft. Für mich. Oh. Komm, ich stehe zu mir, ja? Ja. Ah, geht doch. Okay. Okidoki. Dieses Stimmenverstellen, das ist was anderes. Und er hat ein Schattengeschwert und jetzt ist er tot. Tschüss. Hallo. Hallo, wo bist du? Hi. Hi. Für dich hab ich das da. Danke. Wir haben hier ein bisschen Konkurrenz, ne? Oh. Leute, wir dürfen ihn nicht sterben lassen. Leute, das ist meine Aufnahme. Ich brauch mal kurz. Brian, hilfst du gerne. Z-Prime. Ja. Wo ist du? Ah, nee. Hier. Moin. Oh mein Gott. Mein Vater hat mich erschreckt. Alter. T-Titel dreht. Kurz geht raus. Ah. Z-Titel. 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 Oh Gott. Ich geh... Du bist so los. Oh. Einer hat so einen roten Kopf, weil ich mich so schämen und mich so erschrocken hab. Weil ich hier schon mal, ich sage, für dich ein Hose, das sieht mein Hölzchen. Ja, geht. Also, ein Ohr, aber könnte besser sein. Ja. Ich brauch einen Kill. Der Cheatet. Der Cheatet. Ich will den Tüten. Oh. Der Cheatet wirklich? Warte. Ich glaube, der Cheatet. Und das war schon in der nächsten Runde. Was ist das für eine Map? Toxic. Die neue Map. Auf GoMyDeal.net. Showing to play now. Ich geh mal ganz kurz was in den Keller holen. So. Ich find irgendwie nix. Ah, aber der Loot ist gut. Das passt wenigstens. Immer in etwas. Ich fühle mich so, als würde ich mit Prime oder so heilen. Alter, was ist das hier? Der Voice-Meeter. Nein, ich meine generell alles. Der Mischpult. Der Mischpult auf den Dirt stellen, wenn ich da Knopf drücke. Das ist voll cool. Dann kommt die so Stimmen, lass das sagen. Ich brauch eine Waffe. Ich hab nicht mal beschwert. Ich hab irgendwie alle, was ich brauch. Und die Mitte, oder? Ich muss erst mal gucken, wo überhaupt die Mitte ist. Ich bin alleine in der Mitte. Es wird Kevin hier. I'm on the way. I'm on my way. Oh Gott. Diese Aufnahme. Hallo, das ist ein Gegner. Hey, ich bin euer. Vor allem mein Vater. Die riss ich ge... Ah, das ist das ganze Team. Tschüss. Prime, kommst du. Hey, ich bin noch da. Wo seid ihr? Der Carry ist eingetroffen. Hinter mir. Ah, da. Alle, Sarah helfen. LAAA! Wo bin ich der? Ja, danke. Ich bin voll. Oh mein Gott. Warte. Ey, lass das hier. Ich hab schon. Hier nochmal Heal für uns. Oh mein Gott. Ich wollte die in die Labe gehauen. Ich brenne. Danke. Ich hab euch gelöscht. Ja. Hier, Sarah Heal. Danke, das hat er gelankt. Ich bin noch ein Gap für dich. Nimm den. Kommt sie dir. Hib ihn auf. Ich bin noch 1,5. Wurde euch. Das ist ein Gap. Ja, ich hab ihn auch getötet. Nice. Du bist richtig stolz. Tag, Sarah. Oh, liegt ne Pearl. Hinter uns. Den bekomm ich. Sarah, komm her. Stopp. Warte, ich will den. Ich bin voll. Ich hab für dich ne Dealertest. Hm, warte. Bitte keine Ender-Perle. Der läuft schon so, als hätte einer. Oh. Ist er jetzt einfach runtergesprungen? Er ist einfach runtergesprungen. Ach, ich dachte, du bist noch hinter mir irgendwo. Danke. Warte, für dich noch ein Dealhelm. Jo, danke. Und hier sind noch ganz viele Dears. Ich mach mir jetzt ne Dealhose. Halt ja mal ein paar Spinnweben für mich. Das wäre voll super. Ja. Ja. Oh, danke. Danke, Schamphosel von dir. So. In der Mitte ist einer. Cringe.mp4. Oh, das sind zwei. Ruf. Ja. Oh, wow. Hallo. Oh, ich bin schon rumgelaufen. Der will sich pölen. Oder auch nicht. Hat's geschafft. Braucht irgendjemand Hilfe? Ja, du kommst einfach hier im Killsteam. Oh, er hat sich gefüllt. Nicht, nicht, nicht töten. Wir müssen, sag alle Killsteam. Pass auf, Prime-Challenge. Ah, der Zubst, der Zubst, der Zubst. Oh mein Gott. Tott? Ah! Oh mein Gott. Ich hab dich im Webseite eingebaut, oder? Ich weiß nicht, ob ich das war oder du. Wir beide waren zusammen. Die sind tot, die sind tot. Ich hab aber kein Wasser oder so, ne? Oh, lol. Ja, ich muss ihn runterhannocken. Gigi. Hey, ich bin der Neue. Euer Zuby da nächste Runde. Moin. Hallo. Moin. Moin, Moin. Moin, Moin. Moin. Will ich das jetzt auch machen? Ja, Saga, mach das. Nein. Ich will es nicht mehr an und zu Hause hinbekommen. Saga, klingt es bestimmt voll süß, wenn ihr das so probiert mit so einer richtigen Dingenschein. Hahaha. Lass mich, danke. Lass mich. Werdet ihr so gemein zu mir. Hä, ich? Ja, digga. Schau mal, what's it? Ja, jetzt diggast du mich schon, hier. Oh. Ja. Oh, ich hab immer noch was im Auge. Ich hab alles in der Mitte, was man braucht zum Leben. Kommt die Mitte, danke. Komm mal, Saga. Im Leben. Schau mal, ich steig vor der Schirschermann. Da sind wir dich. Ah. Und hier ist noch ein Gapfel. Und das war's. Was ist ein Gapfel? Ach, du brauchst ihn gar nicht. Den Brustkanz aus. Ne, brauche nicht. Ich hab keine Brustkanz aus. Merci beaucoup, Messie. Wir haben ja direkt mal besucht. Ähm. Oh. Da ist ein Gegner, der ist low. Tötet ihr mal bitte. Ja, wo seid ihr eigentlich alle? Sarah. Wo seid ihr alle? Hä, wo seid ihr? Hä? Ach, der hat Zubst. Ach, da seid ihr. Na, egal. Und du? Slack. Okay. Ich dachte, der Rest ist neu. Nice. Ähm. Post Nippel? Ey, komm her. Sag her. Er Zubst! Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Lauf weg, lauf weg. Oh mein Gott. Ich dachte, ich war sowas von tot, ne? Bin da. Ich hab für dich alles, was du brauchst. Hi, Gegner! Okay, er purlt sich weg. Wo bist du, Sarah? Ah, dann. Hi. Du hast gar keine Schuhe an. Ah, passt schon. Äh, doch, jetzt hab ich welche. Oder so, danke. Danke. Prime, wir müssen ihn in Webs einbauen, komplett. Ja, okay. Ich hab keine Webs. Gibt Webs. Also, hier für dich. Und dann muss Sarah ihn outkriten. Ja, okay. Okay, der war meins. Warte, 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 warte. Ah, die haben alle Soup-Kritten. Wie viele Soups hat der? Ja. So. Los, Sarah. Crit drauf, los. Ja, aber mein Schwert. Hier, ne, mein Schwert. Ne, mein Tierschwert. Oh, danke. Oh, muss Pearl usen. Ja, ich kann das nicht einsammeln, obwohl mein Betal leer ist. Oder back mein Schwert. Ah, mein Schwert hat gebackt. Nice. Nice. Ich hab meine Webs. Oh, er hat diese... Ich hab alle meine Webs geused. Ich auch, ich hab noch vier Stück bekommen. So, noch zwei Gegner. How to get Sarah All-Kills. Wir machen uns gegenseitig Challenges. Genau, und Sarah killt einfach. Oh mein Gott, sind die süß. Sarah, du hast doch noch Schneebälle, oder? Ja. Dann hier oben, gönn dir. Los. Alter. Gott, ist das putzig. Erster. Du musst dich weiter hier und schnell komm hierher. Ja, zu spüren. Hast du keine mehr? Nö. Ich auch nicht. Der eine ist runter gesprungen. Beide. Ich hab's geschafft. Du. So, wir müssen uns wieder in Waps ember, oder irgendwie. Oh. Oh, der portet sich. Ja. Oh verdammt. Den schaffst du. Wow. Nice. Wie viel? Wie viel? Was? Wie viel hast du? Vier. Vier, ich hab einen. Ich hab zwei. Warte. Das heißt, wir haben alle getötet aus der Runde. Wow. Und da sind wir in der letzten Runde. Moin. Hallo. Ich glaub mein Facecam geht gleich irgendwann aus. Und ja, lass mich wandern. Wir müssen also alles aus dem größten vierten Sarah geben. Ja. Ich hab ne Pearl. Ja. Optimal. Sarah, ich hab für dich die beste Runde, die es gibt. Komm mal her. Da, schau mal. Oha. Danke. Welcome. Kann auch drei Diaschwerter machen sogar. Ja, okay. Mach mal. Dankeschön. Sarah, hier. Nimm noch hier. So, warte. Zack, 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 zack. Ich bin ja auch da oben. Hier bitte eins für dich. Eins für dich. Und passt. Danke. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Let's go. So, ich hab einen einzigen Block, um mich fortzubewegen. Okay. Zack, Prime und ich, no Armor und du musst irgendwie alle gegnen. Okay. Wär echt interessant, glaub ich. Ja, easy. Ich bin wahrscheinlich beide in den Toten. Ja, ich kann nur ein bisschen durchdenken. Ja, ich auch. Es ist halt Gommel, nur zwei. Schau mal, die kriegen wir hin, oder? Ja. Oh mein Gott, na, ich bin jetzt schon low. Hä? Leute. Ähm. Komm, wir holen jetzt noch eine Armor, oder? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, ich hab's gesehen. Das ist so traurig. Ihr macht so nur Armor und ich sterbe. Ja. Er hat einfach mehr. Fünfter schaden. Ich hab einfach... Also, ein richtiger Fail. Das Problem ist, wenn ich da Schlage und Rechtsdick mache, dann nimmt er die Soaps nicht. Auf jeden Fall, Leute. War's was mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei den beiden süßen Boys vorbei. Oh. Süßen, ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.